Warte, ich hab' den Hauffahrt. Da. Papa, ich hab' den Hauffahrt. Da. Papa, da unten. Ich hab' den Hauffahrt. Ja. Ja. Komplettes Modell zum selber drucken und aufbauen für die Nummer 254. Die Nummer 254. Es ist vorbei, wenn es zu heißen ist. Das ist das Ziel. Hier ist es. Was für Reifendurchmesser hast du da? 80 oder? 85. Bitte? 85. Das sind ja Ballonreifen hier. Da hab ich auch heute eine kleine. Das ist ja gar nicht gut, der ist ja auch geschnitten. Wie ist das? Ich bin reingegeben. 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 Das ist schon mal. Schnapp drunter ist, dann passt es. Schnapp drunter ist, dann passt es. Schnapp drunter ist, dann schnapp drunter ist. Die Schnapp drunter ist, dann schnappt es. Und die Lange auch, nicht? Ja. Seine Kulak ist verlor. Seine Kulak ist im Wasser. Teigermachen. Käfig Flasche. Teigerni Ding. Flasche und Seine Kulak. Wiringau Teigerni Ding. Der Blasche und die Luft ablattet. Fertigerni Ding. Für alle die, die jetzt erst vielleicht aufs Gelände kommen und ein 1 zu 18 oder 1 zu 24. Die sind die, die jetzt nicht mehr, die jetzt nicht mehr, die jetzt nicht mehr, die jetzt nicht mehr. Und ganz weich zu regeln. Ich habe das jetzt gesehen. Nein, nein, nein. Können funktionieren. Der dürfte reichen, der kann den Preis ausbrechen.